Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit des geplanten Einsatzes des AKLS zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten ist von hier aus nicht abschließend zu beurteilen, sagt das Justizministerium und meint damit das Scannen von Kennzeichnen aller den Marienplatz befahrenen Fahrzeuge zum Zwecke der kriminellen Subjekte habhaft zu werden, die den Platz ohne zu dürfen überfahren. Der Eingriff in die Persönlichkeitsgerichte aufgrund der bisherigen tatsächlichen Gefahren und Unfälle allerdings scheint zweifelhaft. Die Einnahmen der Stadt dagegen grob geschätzte 30.000 bis 60.000 Glocken pro Jahr. Nun ja, was sind schon Persönlichkeitsrechte? Schwerin, überall liegt Schnee in Deutschland, nur in Schwerin nicht. Das ändert sich gerade, na dann, Hals- und Beinbruch. So, das war Schnee von heute und wenn Sie mehr wissen wollen, dann abonnieren Sie uns. Das war Schnee. Untertitelung des ZDF, 2020